Heyo, was geht ab Freunde, Crazy Wolf ist Back am Start, hier fahre ich in alter Frische und nachdem wir die Begrüßung 100% verkackt haben, würde ich euch halt hier jetzt herzlich begrüßen. Ich habe mit Moa mitgespielt, mit JP, mit Benno und Arnis und hier seht ihr auch schon wie ich verkackt habe, also gönnt euch einfach, let's go. Ah ok, da braucht man richtig viel Schwung, ich habe gedacht, hä, so, ja, das war auch passiert. Ah, ich bin tot. Leid doch, ja, ja, ja. Ich bin runtergefallen, einfach 1-0-2-0. Ich gedacht, haben wir das nicht schon mal getoppt? Ich noch nicht. Braucht man viel Anschwung? JP. Ach, man braucht dazu keinen Anschwung, ok, sorry. Ah, ja, nein, aber ich hab, ich hab das, ich hab das, ich hab das. Ich hab das nicht gemacht. Also Freunde, mir ist gerade aufgefallen, man hört JP in der Aufnahme gar nicht. also wundert euch nicht, wenn ihr euch fragt, warum sagt JP nichts, man hat ihn nur nicht gehört, also sein Mikrofon wurde irgendwie nicht aufgenommen also, ja, beziehungsweise. Schön war. Jetzt können wir auch gleiten, ist das erlaubt? Natürlich. Ja, okay, dann gleite ich jetzt. So will ich so langsam bewegen, komm, weil ich gleiten wollte. Ist dann direkt gut war? Ja, wirklich, ist dann laufend. Ja, warte mal, ich war mein Headset eben leiser. Ja, wieso rutscht sich so weg? Mann. Oh, kommt jetzt ein Gleif. Okay, ja, okay, ich bin jetzt hier. Ja, doch, so leichter Gleif. Oh, das bin ich. Äh, Moin. Ja, macht mit's. Jawohl. Oh mein Gott. Ah. 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 Das, das war so, das war Bauer, ne. Ich hab ja nichts geschafft. Wie meinst du? Easy. Wie nütz? Ich glaube, ich weiß noch. Ich dachte, ich dachte, wir wären die ganze Zeit bei mir. Nein. Ja, ich hab gedacht, warum da vorne? ja ich würde sagen dass das ist mit dem punkt 2 da unten der punkt wie einfach gut einfach gut dass wir das ja muss man gleich bekommen hat geschafft hat geschehen muss man ja sowieso weiter wollen wir uns sowieso weiter unter nun er begleitet und bei mir waren jungs bei mir ist es hier es auch schon als ob es mir geht als ob du es nicht geschafft hast und da waren die anderen hier ist schwer eine ahnung ich würde sagen fahr rein es war scheiße aber der zweite darf in der dritte darf nicht rein fahren bitte ja ich würde mal ich würde sagen dass es trotzdem sie ab dort ist und es haben wir noch mehr ja daraus werden dann auch erst bei videos da bei den sparen Das war so. Oha! Oh yo! Nein, wer! Nein! Das, okay. Okay, offline. Offline. Ist da, ist da jemand? Nein, gut. Hätte ich auch, glaube ich, so. Er holt sich irgendwie noch Windschatten. Ah, scheiße! Yo, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es kann sein, dass es bisschen langweilig war, weil... Ich fand es auch ein bisschen langweilig gerade im Schnitt. Und... Checkt auf jeden Fall mein Insta aus, lachtest ein Like da. Ich verlinke euch mein Insta. Ähm... Ja, ich würd sagen... Roll die Outro!